What the fuck! I say? Hallöchen meine lieben Freunde, ich hab' mir einfach mal gedacht, ich spiel' mit Walter Badist allerdings habe ich meinem Vater gesagt dass ich mit Walter Badist play' und ja, wie soll das gehen dass ich einfach mal 1&1 Smartpad mit ihm spiele, das geht nämlich gar nicht Tja, einfach smart Prink! 1&1 Smartpad nicht hundertprozentig zufrieden sind, sind sie mit einem Produkt nicht hundertprozentig zufrieden. Was das ist? Hat noch nie, glaube ich, an einem PC irgendwas gespielt, vielleicht 1904 oder so, aber es ist ein DSL-Modem. Wir spielen jetzt 1&1 Smartpad. Das wird Saas, der hat überhaupt keine Ahnung. So, wir gehen mal in nicht so Lolle. Das wird einfach smart. Da ist der Gegner! LOL